Josef Friedrich Ernst Meinrad Karl Anton von Hohensollern-Sigmaringen war von 1715 bis 1769 fünfter Fürst von Hohensollern-Sigmaringen. Leben Josef war der älteste Sohn des Fürsten Meinrad II. von Hohensollern-Sigmaringen aus dessen Ehe mit Johanna Katharina, Tochter des Grafen Johann Antony von Montfort-Tetnang, Zunächst von seiner Mutter erzogen übersiedelte er infolge der Kriegswehren des spanischen Erbfolgekrieges zum in Wien stationierten Vater. Hier begann Josefs Ausbildung, die auch am Ort fortgesetzt wurde, nachdem seine Eltern 1714 wieder nach Sigmaringen zurückkehrten. Nach dem Tod seines Vaters folgte Josef als Fürst von Hohensollern-Sigmaringen nach, stand aber als Minderjähriger noch bis 1720 unter der Vormundschaft seiner regierenden Mutter. Die Volljährigkeit erlangte damals ein Kronprinz im Alter von 18 Jahren. Kurz vor seinem Regierungsantritt war Josef in österreichische Militärdienste getreten, in denen er den Rang eines Generals der Kavallerie und schließlich die Position des Generalfeldmarschallleutnant des Schwäbischen Kreises errang. Unter Josef gelang zudem wieder eine Annäherung an das Kurfürstentum Bayern und nach der Wahl Kaiser Karls VII. Er nannte dieser Josef zu seinem Geheimrat. Josef war begeisterter Jäger und ließ 1727 den Wildpark Josefsluß bei Sigmaringen anlegen. Im Jahr 1736 modernisierte er das Schloss Sigmaringen und baute es um. Zudem ließ er den dortigen Rittersaal zum Ahnensaal ausgestalten. Der sogenannte Fürst Josef Spau erinnert an diese Zeit. Josef war als Kunst bekannt. In Sigmaringen erbaute er die Stadtpfarrkirche St. Johann, die Josefskapelle, das Jagdhaus in Josefslust und in Heigerloch, welches er seiner Residenz in Sigmaringen vorzog, die Kirche St. Anna. Die Künstler Johann Michael Feuchtmayer der Jüngere, Johann Georg Weckenmann und Andreas Meinrath von Nowey arbeiteten in Sigmaringen. Der Fürst betrieb die Heiligsprechung des Paters Fideles von Sigmaringen und gilt als Förderer des Schul- und Kirchenwesens Ehen und Nachkommen. In erster Ehe heiratete Josef am 20. Mai 1722 in Oettingen Marie Franziska, Tochter des Fürsten Franz Salbrecht zu Oettingen-Spielberg, die ihm ein beträchtliches Vermögen zubrachte. Mit ihr hatte er folgende Kinder, Karl Friedrich, Fürst von Hohensollern-Sigmaring, Lemniskarte 1749, Gräfin Johanna von Hohensollernberg, Maria Johanna, Nonne in Buchau, Maria Amalia, Meinrath, Maria Anna, Sohn, aus Josefs zweiter Ehe mit Judith, Tochter des Grafen Franz Anton von Klossen, Freiherr von Arnsdorf, die er am 5. Juli 1738 geheiratet hatte, gingen folgende hervor, Karl Albert, Maria Amalia, Maria Theresia, seine dritte Ehe schloss Josef am 22. Oktober 1743 mit Maria Theresia, Tochter des Grafen Christoph Franz von Waldburg zu Trauchburg, mit ihr hatte er keine Kinder.